So, einen schönen guten Morgen miteinander. Ihr seht vielleicht schon, ich sitze hier in meinem Auto. Heute ist der dritte Tag meiner Reise und für heute habe ich mir überlegt, werde ich mal eine Runde um den Chiemsee drehen. Einfach überall ein paar Impressionen rund um den Chiemsee sammeln. Es gibt viele schöne Städte und die werde ich jetzt einfach mal so mehr oder weniger nacheinander abklappern. So, und ihr seht schon, der Hintergrund hat sich nicht viel verändert. Ich stehe wieder in einem Wäldchen, aber diesmal bin ich am Chiemsee in Chieming. Und ich schwenke jetzt hier einfach mal ganz sanft rum. So, schauen wir uns mal ein bisschen um, oder? So, hier sind wir jetzt am Dampfersteg in Chieming. Hier liegen üblicherweise die ganzen Touristenschiffchen, die quer über den See schippern, an und ab. Ich sehe gerade, ich stehe voll gegen die Sonne. So, hier bin ich jetzt am Dampfersteg. Hier liegen die ganzen Touristenschiffe, die den ganzen Tag über den Chiemsee fahren, an und ab. Das letzte ist gerade gefahren, deswegen habe ich hier gerade ein bisschen Platz und Ruhe zum Filmen. Und ich zeige einfach mal die ganze Sicht über den ganzen Chiemsee hier. Höllo, wie wir uns hier bist? Ich zeige mich jetzt, dass es nicht so schön ist. Ich zeige dich jetzt an. Ich zeige mich jetzt an. Ich zeige dich. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, unsere nächste Station auf unserer Runde um den Chiemsee ist jetzt Seebruck. Seebruck ist eigentlich besonders auffällig wegen der vielen Segelschiffe, die hier angelegt waren. Wird dann im kommenden Clip auch zu sehen sein. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018